so guten tag allerseits ich möchte ein video machen zum super league projekt und zwar soll es darum gehen wie man hier am besten den einstieg findet wenn man jetzt gar keine idee hat wie man vorgehen soll also ich fange mal an ich gehe von vorne los klone hier das repository mal über visual studio codes und speichere das bei mir lokal ab so wenn ich aufgefordert es aufzumachen mache ich das gleich sieht soweit gut aus schau schnell zur sicherheit ob der test explorer funktioniert ja es geht soweit das ignoriere ich mal und jetzt die frage wo fange ich an also noch mal zum überblick ich habe hier in date ein league.json also diese daten struktur die daten können sich ändern also müssen nicht immer die gleichen vereine sein und dann habe ich table.txt den output den ich in dieser form haben möchte wenn es ein paar spaces oder so nicht exakt übereinstimmt ist auch kein problem aber ich möchte grundsätzlich eine tabelle errechnen aus den ganzen spielergebnissen hier das sollte bekannt sein was im moment passiert ist in der klasse table da gibt es eine main methode deine methode read matches sind beide statisch und wenn man das ausführt .net run project super league dann scheitert es weil ich ja noch als erstes argument und einziges argument die json datei angeben muss welche die spielergebnisse enthält so das hat geklappt also schauen wir nochmal main ruft read matches auf read matches gibt eine liste von match objekten zurück hier findet die ganze json deserialisierung statt also da das kann man eigentlich so übernehmen das main hier das gibt einfach die matches aus also das kann nicht so bleiben hier wollen wir ja schlussendlich mal die tabelle ausgeben ich habe diese klasse table genannt mal und jetzt hat die halt auch das ganze die main methode und das deserialisieren drin table ist eine sinnvolle abstraktion für eine tabelle ob jetzt das wirklich drin sein muss ja denke eher nicht von daher wäre es mal sinnvoll wenn wir das ein bisschen aufräumen würden und das ganze main hier in eine andere klasse auslagern auch manchmal hier new file und nenne das mal league.cs so und hier haben wir wieder name space super league und ich schneide jetzt einfach mal alles was da drin ist bis 26 aus und mache dann die klasse league und füge den rest wieder ein formatiere es noch aber natürlich fehler hier die ganzen import vergessen habe ja dann schneide ich die auch noch aus formatiere wieder speichern speichern jetzt sind die warnungen weg ja hier sollte vielleicht das using system trotzdem noch drin lassen aber der rest kann eigentlich weg so haben wir hier das league wollen wir mal schauen ob das immer noch läuft und ich einfach wieder gleich starte vorher funktioniert immer noch weil die main methode wird immer noch gefunden so jetzt haben wir ein bisschen aufräumarbeit für den anfang jetzt habe ich eine leere class table und wenn ich jetzt ins readme schaue dann habe ich ja gesagt ich möchte da bei der aufgabe irgendeine methode create table haben in table cs also public rückgabetyp weiss ich noch nicht ich mache einfach mal void create table und dann wichtig Signatur eine liste von matches halte ich da habe sie vor den results genannt kann sie auch einfach matches nennen gut list das ist eine collection class können wir von hier übernehmen nehmen wir die generische so und jetzt ist ein bisschen speziell ich habe hier eine class namens table und ich habe eine methode create table wie ein konstruktor was meine eigentliche idee war ist dass man diese methode statisch macht das habe ich bisher so static natürlich auf englisch habe ich bisher so nicht erwähnt ist aber durchaus sinnvoll das ist eine sogenannte statische factory methode die hat gegenüber einem konstruktor gewisse vorteile möchte jetzt nicht im detail darauf eingehen ich vermerke dann im readme noch dass diese methode eigentlich statisch sein kann also diese methode erstellt die macht im moment noch nichts wahnsinnig sinnvolles also die macht noch gar nichts jetzt müssen wir uns überlegen was die zurückgeben sollte und wie es im readme beschrieben ist geht es eigentlich darum dass diese methode irgendein objekt erstellt das ist jetzt mein altes gefolgtes readme ich gehe vielleicht schnell aufs original dann habe ich das mit der statischen methode eigentlich auch schon vermerkt wir geben ein objekt zurück das dann eine toString methode hat und toString gibt dann die tabelle zurück die textuelle tabelle aber zurückgegeben werden soll eine abstraktion dieser tabelle und eine table wäre ja genau das richtige eigentlich also machen wir hier mal public static table create table das geht natürlich jetzt nicht zurück machen wir jetzt mal return null denke ich mit wenigsten Sinne kompiliert ok soweit mal gut jetzt müssen wir uns überlegen ich habe es ja hier beschrieben dass man vielleicht eine geeignete abstraktion für eine tabellenzeile machen soll also nicht nur vielleicht das ist finde ich sehr wichtig wie könnte diese aussehen oder wie könnte sie heissen ja eine tabelle besteht aus zeilen und vielleicht könnte man es einfach mal table row nennen macht eine neue datei namespace super league je nachdem wie sie ihre entwicklungsumgebung konfiguriert haben oder was sie verwenden wird das sehr viel automatisch passiert ich tippe es einfach jetzt mal ein und schreibe es manuell aus ok dann machen wir eine klasse public class table row die hat mal nichts drin soweit so gut und jetzt überlegen wir uns was eine tabellenzeile denn so beinhalten soll also schauen wir mal an wie die ausgabe aussehen soll schlussendlich ich habe sicher mal so einen namen drin also public string team name oder sowas könnte man sagen dann machen wir auch immer getter und setter dazu also properties dann haben wir den rang ja das kommt dann auch zum schluss denke ich an zazige unentschieden und so weiter fangen wir doch mal bei den toren an das ist so ein bisschen das einfachste also schlussendlich musste alles mal rein in diese klasse aber jetzt machen wir einfach mal das nötigste also int goals scored also erzielte tore mit getter und setter und dann noch vielleicht goals received gaps falsche klammer mit getter und setter so ja das sind mal das ist mal guter anfangen und jetzt könnte man noch oder sollte man vielleicht ein konstruktor machen natürlich in der klasse public table row jetzt ist die frage machen wir einen leeren standard konstruktor ich denke das team kennt man eigentlich immer wenn man so eine zeile erzeugen möchte also machen wir mal ein konstruktor der das team entgegen nimmt und dann können wir team name gleich team name setzen das initialisieren goals scored gehen wir davon aus am anfang also haben sie noch keine tore geschossen oder erhalten und dann initialisieren wir es mal mit null einfach so ich bin mir gar nicht sicher ob das automatisch passiert wie schon oft gesagt ich bin kein c sharp experte aber wichtig hier ist es jetzt initialisiert also setten wir mal jetzt ist die frage wie wir diese objekte aufbauen gehen wir mal ins table zurück machen wir das zu und ich habe ja schon mehrmals erwähnt dass ein dictionary eine sehr sinnvolle abstraktion sein kann wenn es um solche sachen geht und wie ich das meinte erkläre ich jetzt hier an einem beispiel indem ich das mal beispielhaft aus implementiere also ich habe die klasse äh die statische methode create table also eine statische factory methode die so ein table objekt erzeugt im moment gibt es noch nichts zurück also was wir sicher machen müssen ist wir müssen irgendwie über diese ganzen matches iterieren also for each match match in matches zum beispiel so gut und die frage ist was machen wir mit jedem match also jeder match hat ja äh zwei mannschaften die gegeneinander gespielt haben und jeweils die anzahl tore die von der heim und von der auswärtsmannschaft erzielt worden sind jetzt wollen wir anhand dieser dieses mannschaft namens wollen wir jetzt die ergebnisse zuordnen und verarbeiten können und meine idee ist jetzt da dass man das mit einem dictionary löst also ich ordne dann immer einen schlüssel in meinem fall ein string ordne ich einem wert zu und das wäre eine table row nennen das entsprechend genere und ich bin mir sicher das kann man mit aktuellen version von c sharp kompakter ausdrücken aber das ist ja nicht das thema ich schreibe es mal komplett aus also die idee von diesem dictionary ist dass ich zu jedem mannschaftsnamen einen tabelleneintrag abspeichere und was das bringt ähm sieht man wenn ich jetzt das ganze aus implementiere also ich habe hier den match und der besteht immer aus einem home team away team home goals away goals also ich lese jetzt einfach mal diese information aus hier mal string home team gleich match.home team damit es ein bisschen kürzer wird und string away team gleich match.away team jetzt ist die frage ähm gibt es schon eine tabellen zeile oder gibt es noch keine und weil ich das in einem dictionary abspeichere und den team namen als identifikation verwende als schlüssel kann ich das folgendermassen angehen ich kann zum beispiel prüfen also wenn table rows contains key den schlüssel home team nicht drin hat dann kann ich sagen ja jetzt fange ich eine neue tabellen zeile an table rows und dann mache ich add und sage mal home team als schlüssel und die frage ist jetzt der wert hier kommt eine neue table row hinein und die hat eben als konstruktor halt erwartete den team namen jetzt denken sie sich vielleicht ist er redundant also den schlüssel hier und den wert hier in diesem fall ja es ist aber sinnvoll für meinen anwendungsfall eigentlich ist ja egal ob jetzt dass der team name hier in der table row drin ist oder nicht wichtig ist dass ich zu jedem team namen eine tabellenzeile habe das gleiche mache ich jetzt für das auswärts team das gleiche mache ich jetzt für das auswärts team contains key dann nehmen wir dann away team table rows.ads away team und dann new table row away team jetzt müssen Sie sich überlegen also ich gehe diese liste von matches durch irgendwann ist für jede mannschaft das erste spiel das sie hatte und wichtig ist dass ich zu jeder mannschaft einen eintrag habe wo ich die ganzen ergebnisse rein speichern kann also aufsummieren zum beispiel die anzahl tore aufsummieren oder die anzahl punkte aufsummieren mit diesem konstrukt habe ich garantiert hier zu den betroffenen mannschaften eine table row und kann jetzt dort meine daten rein speichern jetzt habe ich ja gesagt ich möchte mal die tore hier abspeichern also bei der table row haben wir ja goals scored und goals received gehen wir mal das an und das gute ist jetzt also wenn es diesen key nicht gab erstelle ich den eintrag mit dem key für beide mannschaften jetzt kann ich einfach so table rows kann ich auf diesen eintrag zugreifen und erhalte hier das table row objekt so also ich habe jetzt das home team in zugriff und möchte jetzt goals scored die anzahl tore aufsummieren weil in jedem spiel werden tore erzielt vielleicht auch sind es null tore aber wenn ich null dazu zähle macht ja auch nichts so jetzt kann ich dieses goals scored property hier kann ich was hinzufügen die frage ist was das ganz einfach der match hat auch ein home goals also die von der heimannschaft erzielten tore das zähle ich mal dazu und bei der auswärts mannschaft mache ich es mal genau gleich weight team goals scored plus gleich Achtung away goals also hier ich muss gar nicht wissen um welche mannschaften es geht ist einfach ein hope team ein away team und die haben home goals beziehungsweise away goals geschossen so jetzt ist die frage goals scored sind die erzielten tore was mache ich jetzt mit den erhaltenen oder kassierten toren goals received gut da muss ich auch was dazu zählen lass es mal offen hier das mal team also wie viele tore habe ich jetzt hier kassiert also wenn ich das home team bin dann habe ich home goals geschossen und mein gegner das away team hat dann away goals geschossen das heisst ich habe diese kassiert punkt away goals und für das away team dann genau das gegenteil das auswärts team hat so viele tore kassiert wie das heimteam geschossen hat nehme ich hier whole goals so jetzt habe ich schon mal hier die ganzen tore aufsummiert wenn ich das richtig gemacht habe dann wäre ein geschlossen ein teil meines problems gelöst jetzt das problem das ganze ist noch nicht lauffähig ich habe jetzt hier auf das test stream development verzichtet und sie sehen auch das problem daran es dauert sehr lange bis ich etwas testen kann aber macht ihr mal so weiter ich mache dann vielleicht noch ein video wo ich das in einem test driven ansatz verfolge so jetzt haben wir das mal gemacht hier erste tabellenspalt wird aufgezählt und jetzt ist die frage wie wir weiterfahren sollen schlussendlich wollen wir eine table zurückgeben im moment geben wir noch nichts zurück jetzt könnte ich einfach mal eine new table zurückgeben new table und das wäre soweit korrekt das Problem ist das bringt mir nicht allzu viel weil ich die ganzen berechneten Daten hier nicht mitgebe darum fände ich es sinnvoll wenn wir einen Konstruktor machen public table der diese der eine Liste von Tabellenzeilen erhält jetzt mal raus und dann die irgendwo abspeichert also da machen wir ein property public äh eine Liste von table rows nennen wir es rows nennen wir es rows können wir get set machen so und dann hier einfach rows gleich rows setzen ist das initialisiert und da können wir es unten entsprechend dann diese rows mitgeben Achtung ich habe ein Dictionary das heisst ich habe keys und values und die table ist eine Liste von table rows nicht ein Dictionary eine Liste ist hier sinnvoll weil ich das ganze schlussendlich mal sortieren möchte und eine Liste ist in der Regel geordnet wie erhalten wir jetzt aus dem Dictionary eine Liste es geht recht einfach mache eine list table row und gebe dann vom table rows gebe ich die values in den Konstruktor mit und schon habe ich das abgespeichert also meine table hat jetzt eine statische Factory Methode die aus den Matches eine Datenstruktur erzeugt und diese Datenstruktur ist die table und die table besteht aus einer Liste von Tabellenzeilen und ich kann das so aufbauen ok die Frage ist jetzt wie wir den ToString Teil machen also wir wollen ja diese Tabelle irgendwie ausgeben können machen wir mal hier unten weiter public overwrite jetzt wird schon vorgeschlagen soll ich die ToString Methodik schreiben das ist mal soweit so gut ja und wie soll ich jetzt das am besten machen ich möchte jetzt die Tabelle als String ausgeben machen wir es mal ja nicht wahnsinnig schön also optisch nicht wahnsinnig schön aber einfach mal damit man das auf der Ausgabe sehen kann jetzt diese Tabelle soll ja aus einer Titelzeile bestehen und einer Reihe von Tabellenzeilen und wenn man so lange Strings verkettet ist oft ein String Writer String Writer sinnvoll die Frage ist jetzt warum ich den ich im Zugriff habe machen wir hier so System System sollte gleich so weit sein aha das ist genau im System IO drin System brauche ich sonst nicht System IO bieten wir dann String Writer nennen den einfach mal Output oder so String Writer und dann was ich mache Output.WriteLine geht einfach mal in Titelzeile mit also zum Beispiel mal den Namen des Clubs da mache ich irgendwie ja einen Tab und dann erzielte Tore halt mit einem Plus gemacht und dann halt eine Tore mit einem Minus so und dann kann ich noch zum Beispiel eine ganz primitive Trennzeile machen das ist also nicht so schön das kann man dann auch mit anderen Konstrukten schöner erzeugen dann weiter jetzt möchte ich die einzelnen Tabellenzeilen verarbeiten und hier ist natürlich wieder die ForEach Schleife sinnvoll ich gehe aber nicht mehr über die Matches hinein sondern über die TableRows also TableRow RowIn Heißt das Property Rows So und jetzt mache ich hier ja was füge ich hinzu nehmen wir jeweils ja könnte jetzt ein String konstruieren vielleicht noch einfacher wäre es ich füge ein auf die Row hinzu und dann wird die ToString Methode von dieser TableRow Klasse aufgerufen Leider existiert die noch nicht also machen wir schnell eine ToString und das gehen wir zurück ich glaube diese Notation hier jetzt nehme ich da ein Dollarzeichen kann ich da Variablen interpolieren mit dem Multiname dann machen wir ein Tab es wird wahrscheinlich nicht aufgehen mit dem Leerzeichen dann probieren wir es mal ganz dringend schön formatiert ist dann das Thema vielleicht eines anderen Videos aber ich habe jetzt die ToString Methode überschrieben und meine Table kann jetzt einfach die Row hinzufügen und dann wird automatisch ToString aufgerufen so Schluss Output.toString gebe ich zurück weil ich will ein String zurückgeben ok also ich baue hier eine Tabelle auf und gebe sie dann aus hier das ganze mit dieser Table Abstraktion so jetzt gehe ich aber mal zurück ich möchte ja das Programm irgendwann ausführen können habe ich da dieses League.cs und da habe ich diese Read Matches Methode die Main Methode und bisher gibt die immer noch einfach die einzelnen Matches auf die Kommando Zeile aus ist ja nicht sinnvoll was wir hier machen wollen ist mal wir speichern einfach die ganzen Matches in einer Variable ab Matches gleich Read Matches x0 gleich hier unten dann löschen wir diesen Code raus und jetzt ist die Idee dass wir eben mit Hilfe von Table und dieser statischen Factory Methode das erzeugen wir können Create Table und dann halt mich zurück Table ja sagen wir mal Super League 2021 2 22 also diese Saison über die Benennung kann man streiten jetzt haben wir mal diese Abstraktion und jetzt sollen wir das ganze auf die Konsole ausgeben Super League jetzt kann man explizit die Toolstream Methode aufrufen aber das wird dann auch implizit geschehen machen wir es mal explizit ein warum das weil es so im Readme stand ok ich bin nicht gespannt ob alles funktioniert ich habe gesagt wenn man nicht Test Driven Development macht kann es sehr lange dauern bis etwas Sinnvolles passiert ich führe einfach mal das Projekt aus und bin auf Fehlermeldungen gespannt keine Fehlermeldung für eine nicht allzu schöne Ausgabe Name plus Minus also hier Vereinsname plus Tore erzielt Minus Tore erhalten ist jetzt halt nicht wahnsinnig schön eingerückt weil halt die Vereinsnamen unterschiedliche Längen haben also die Formatierung kommt dann später aber jetzt schaue ich mal ob das Ergebnis da irgendwie plausibel ist und mache daneben oder obendran das Table auf jetzt schaue ich mal FC Zürich Tore geschossen 70 erhalten 59 70, 59 gut nehmen wir ein anderes Beispiel FC Luzern 75 Tore geschossen 79 erhalten Luzern 75, 79 das stimmt also wir haben schon eine recht grosse Menge erreicht jetzt wir haben eine Abstraktion für Tabellenzeilen die noch ausgebaut werden muss dann haben wir eine Abstraktion für die Table die eigentlich schon recht gut funktioniert hier müssen einfach noch die weiteren Properties korrekt aufgefüllt werden hier kann man natürlich man muss nicht alles in dieser Methode drin schreiben man kann vielleicht auch Code irgendwie in die Table Row auslagern vielleicht hat die irgendeine Methode Process Match oder so und dann liest die entsprechenden Daten raus es gibt ganz verschiedene Ansätze die man verfolgen kann Wichtig in diesem Modul geht es nicht wahnsinnig darum um das objektorientierte Design wie man das möglichst schön objektorientiert machen kann es geht wirklich darum das Problem zu lösen und halt auch Unit Test zu schreiben das mache ich dann vielleicht noch in einem anderen Video zu zeigen wie man das in einem Testprüfenansatz angehen könnte also weiter haben wir dann die ToString Methode die jetzt rein technisch einigermassen funktioniert aber optisch natürlich etwas ausgibt das uns überhaupt nichts zum Ziel bringt also das ist keine Tabelle hier aber der Inhalt ist korrekt und diese Methode reicht ja auch um das zu demonstrieren schliesslich haben wir die Klasse ups habe ich die Super League genannt und hier League nicht so schön egal es funktioniert mal ich habe eine Main-Methode die diese Read-Match-Methode verwendet also die müssen Sie nicht berühren und dann eigentlich so die High-Level-API ansteuert Creatable ist eine High-Level-API und was dort drin ist ist eigentlich egal von aussen soll einfach so einfach zu verwenden sein und ob jetzt hier wenn das irgendwann ein bisschen grösser wird und nicht mehr auf einem Bildschirm passt dann kann man vielleicht das noch ein bisschen aufteilen in andere Methoden oder gar in eine andere Klasse verschieben so das wäre es mal von dieser Demo ich hoffe das hat Ihnen den Einstieg ein bisschen erleichtert ich werde gerne noch weitere Videos machen um bei ganz konkreten Problemen einige Hilfestellungen anzubieten sicherlich String-Formatierung wird ein Thema sein wie man das schön machen kann hier wird es auch ein bisschen Sprach- und Framework spezifisch und dann natürlich dieses Super League Tests Projekt das ist jetzt immer noch im Ursprungszustand das ist nicht ideal eigentlich wollen wir Tests durch den Development ausprobieren aber das wie gesagt in einem anderen Video dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen dann weiterhin viel Glück beim Programmieren Happy Hacking und dann geht es um die Aufmerksamkeit und dann geht es um die Aufmerksamkeit und dann geht es um die Aufmerksamkeit